So, Paul, Frage, wie kann man hier Atmung feststellen? Ob noch jemand atmet, wie kann man das feststellen? Man kann es daran feststellen, ob der Brustkorb hoch geht oder runter. Okay, Paul, wenn jemand eine Unterkühlung erlitten hat, also sprich im Winter an die Segel fallen, erklär uns bitte kurz, was macht man bei Unterkühlung? Wenn man bei Unterkühlung macht, zum Beispiel wenn man im Auto eine Rettungsdecke hat, kann man die über einen drüberlegen, aber immer mit der goldenen Seite nach oben. Cool, das hat bis heute noch keiner beantworten können jetzt. Hä? Ich bin der Erste, der das beantworten konnte. So, jetzt kommt die schwierigste Frage. Erklär uns, was ist das Ehrenamt? Ehrenamt, Ehrenamt ist, wenn man was freiwillig macht und dafür nicht bezahlt wird. Super, alle drei Fragen richtig, oder? Super, alle drei Fragen richtig, oder? Vielen Dank.